Da-da-da-da-da! Oh, das ist das! Wo sind Sie, Caddick? Sieh, helft mir! Gelare, bleib mit mir, ich bin aus Filden! Die Dinge sind... Caddick, bitte, shorthin. Wie unfeuergesehen. Ich wollte einfach mal probieren, ob das wirklich in die Luft schlägt, wenn man drauf schlägt, oder ob das nur triggert, wenn man da auch mit Feuer drauf schießt. Scheiße. Das hätte ich vielleicht auch bedenken sollen. Oh, das war ja ich. Oh, da ist richtig. Mach mir den Katzen dört und der Katzen dört. Mann! Du bist da, da ist es überhaupt nicht. Du bist schon fertig. Du bist dann zu fuß. Jetzt wird die Waffe aufschauen. Aufladen. Das ist wunderbar. Ich sterbe. Ich lebe nicht. So, gut. Oder auch nicht. Ich bin ja jetzt schon wieder... ... was? Genau. Wack. 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 Ja, ich hab jetzt auch keine Widerworte mehr, den Heiligen Schmerz. Ja, guck, das kennen wir alles schon. Und durch. So, dann hier bleiben wir schon noch wieder armen. Ja, aber so elendig weit waren wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. So, dann hier bleiben wir schon. So, dann haben wir das nicht so ganz gefehlt. So, dann haben wir das nicht so ganz gefehlt. Äh, ne, ich wollte gerne nur ne neue Waffe. Ne neue Waffe endlich gehen. Da hinten war der Kloppen, ne? Ne, hier war der Schild. Schade. So, dann lass ich hier erstmal wieder vorher machen. Machen vorher. Machen vorher. Hier liegt nichts. Also, ich weiß nicht, die Steuerung muss man auf jeden Fall besser machen können. Was wird das denn bitte? Schade. Schade. Mit Spaß. Ach du! Wie ich die nicht mag. Was machst du da? Strange. Da ist ein Feuer. Boah, die soll das anzünden, die Tante. Da ist ein altes Sein. Ja. Komm, lass da Feuer dran. Ich bin sicher, ich will es machen. Ja, geht doch. Boah, langsam geht mir das schon auf den Piss. Ernsthaft. Aber ich habe es mir ja angetan, auf Hardcore. Ja, jetzt fängt das Feuer. Wir haben es ja vorhin noch einmal gesehen. Ich möchte eine andere Waffe haben, jetzt ernsthaft. Keine Waffe, was hier das ist. Scheiße. Ja, da können wir dann wieder drüber. Das haben die letztes Mal ja schon sehr schön gemacht. So eine schöne akrobatische Leistung. Sogar von Cadog. Ja. Und dann kommt sie wieder zum Kampf. Und das Kämpfe hier die ganzen Zeit. Und das geht nicht so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich würde das ein bisschen zu eintöten. Aber was will man von so einem Spieler war, besonders wird man nicht zu zieren. Ich glaube, Kopfzimmer macht extra scheiße. Ist das nicht so. Ich glaube, Kopfzimmer ist zu zahlen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das nicht so fasziniert habe. Ich weiß nicht, ob ich das nicht so kauft habe. Ah, für den Fernkopf ist er nicht geeignet. Aber er hat auch schon die Durchschlagung gekämpft. Oh Gott, dann muss er nicht nachkommen. Ich glaube, ich werde den Fernkopf jetzt ein bisschen öfter benutzen. Ah, super. Das ist jetzt auch minimal besser als das, was ich... Was ist denn hier? Die wollen mich jetzt nicht nanzen, oder? Was ist das Geld von dem Typ, der da oben runtergeknallt ist, oder was? Ich weiß nicht, irgendwie ermöglicht mich das Spielprinzip jetzt gerade schon ein bisschen los. Ach so, schön. Ach so, schön. Okay. So, dann können wir jetzt weitergehen zum Zentrum dieser wunderschönen Stadt. Wunderschönen Antike anzusehen. Werde ich jetzt auch noch gespawnt, oder was? Hä? Okay, die Tür ist zugegangen. Gut. Ohne Geräusch. Stell dich mir nicht in den Weg. Blablabla. Nerf, 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 nerf. So. Darf ich hier wieder? Ah, schön. Ich darf wieder upgraden. Anscheinend geht's doch erst später anbestimmt. Okay. Let's fall and slam them into the ground. Ja, oh, you do right. Das sind immer die gleichen Sachen, die man verbessern kann. Und das muss ich hier noch machen. Ich war. Was wird das noch machen? Charges Enemy. Dash. Ach ja, man hätte das auch. Aber ne, das wurde einem Jahr weggenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt überhaupt gehen würde. Egal. Hier kommt verbessern wir bei Verdamm auch erst mal. Zwei. Ja. Das Ganze, die gehen dann auch schön. Floskel. Und die Rüstung durchschlagen. Es glaube ich... Es glaube ich... Es glaube ich aber sowieso besser, wenn ich die... Velara eher als... Äh... Befreundet... Hier als KI-Spieler hab. Als Kedok. Weil Kedok im Nahkampf... Ich weiß nicht, ob das so ne gute Idee wäre hier. Ja? Kannst du das nehmen? Hast du... Ah, der hat Feuer. Man kann maximal zwei dieser Wiederbelegungstechniken hier so... Schön an der Seite... Leuchten an der Hüfte. Ne? So. 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 Mach ich ihm nochmal einen kleinen Cut... Und dann mach ich ihn beim nächsten Mal weiter. Ich schau mal, wie ich das alles überhaupt geschnitten krieg. Holla. So.